Ja, heute mal eine spezielle Geschichte aus meinem Coaching-Alltag, so nach dem Motto Ja, es gibt so Tage oder wie das Leben so spielt. Ich sitze hier im Büro seit 8 Uhr und warte. Ja, meine erste Kundin ist schlichtweg nicht erschienen, telefonisch nicht erreichbar, hat mir somit, ja, zwei Stunden Lebenszeit geschenkt. Und der darauffälligende Kunde hat heute am frühen Morgen schon angerufen und sich entschuldigt. Er kann leider nicht kommen, weil er krank geworden ist. Ja, was nun? Ich bin extra früh aufgestanden. Normalerweise fange ich erst um 9 oder 10 an mit meinen Coachings. Heute für die eine Kundin dachte ich, okay, sie kann nicht anders, dann mache ich 8 Uhr. Und habe dadurch, ja, sage ich mal, meine Komfortzone verlassen. Um es ihr recht zu machen. Und jetzt sitze ich da und habe im Endeffekt 3 Stunden Zeit. Ich könnte mich jetzt drüber ärgern. Zum einen, weil gerade dadurch, dass die eine Kundin nicht abgesagt hat, schlichtweg es ein respektloser Umgang mit meiner Zeit ist. Ich kann mich ärgern, dass ich so früh aufgestanden bin, dass ich sogar ein bisschen Hektik hatte, noch rechtzeitig die Öffentlichen zu erreichen. Und jetzt da sitze und sage, ja, und was nun? Aber ich habe die Wahl. Und ich habe mich entschieden, nee, ich ärgere mich nicht. Ich nutze jetzt die Zeit, mache meinen Buchhaltungskram, den ich sonst heute Abend hätte gemacht, mache meine Liste für die nächste Woche und habe dadurch 3 Stunden früher Wochenende. Und so ist es immer. Du hast die Wahl. Ärgerst du dich? Bist du sauer? Und lässt dir den ganzen Tag vielleicht sogar durch sowas versauen, wenn was nicht so funktioniert hat, wie du das gerne gehabt hättest? Oder sagst du, einmal kurz abhaken, nach vorne gucken und das Beste draus machen. Meistens, wenn irgendwas blöd läuft, wenn was daneben läuft, dann steckt auch ein Fünkchen Gutes drin. Man muss es nur sehen können auf der einen Seite, aber man muss es auch sehen wollen. Wie ist es bei dir? Wie gehst du mit solchen Situationen um? Geht es dir wie mir, dass du sagst, ja, pff, shit happens, machen wir das Beste draus? Oder bist du jemand, der sich dann so richtig ärgert, vielleicht sogar Magenschmerzen deswegen bekommt und es den ganzen Tag mit sich rumträgt? Wenn du vielleicht zu der letzten Kategorie gehörst und du würdest es gerne ändern, dann schreib mir doch einen Kommentar, schreib mir eine Mail oder ruf mich an und dann schauen wir mal, was wir gemeinsam dagegen tun können. Ich wünsche dir auf jeden Fall jetzt einen tollen Tag und bis bald. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020